Was Ihr wohl schiebt, typisch. Und dann sagt es euch, sagt es euch, dass es nicht mehr ist. Das ist ein Thema, aber das ist halt schneller. Persönlich ist das nicht mehr. Ihr habt es gemonnen. Nein, 20 Grad in Polen, da hatten wir auch schon mal überlegt, weil es hier ja auch nicht viel mehr kommt, wie es in Polen gibt es, aber auch, wir kriegen das nicht alles. Wir haben ja selber. So, ich will aber auch nicht an der Grenze oder irgendwo, mir irgendein Zeug abholen, was wir nicht sagen. Ne, ich mein, wir haben eine Minderrasse, das ist immer Rassenkriegen. Weil heute nicht viele sind, aber wir haben jetzt schon einen ganz großen Konzept.